Hallo liebe Freunde, ich muss noch kurz vergessen, Fernsehstum zu schalten, Entschuldigung, so, euer Michael Sevin ist wieder da, wir haben heute Rheinhausen auf dem Plan, und zwar im AOD mit Omni-Navigation, jo, die Linie 25 von Eichstätt nach Diakonixen Krankenhaus, und jo, das dürfte ganz lustig sein, wir müssen mal kurz zu unserer Starthaltestelle fahren, die ist nämlich bekanntlich nicht hier, sondern da hinten, also, los geht's. Ups, komm, du darfst vor mir fahren. So, das komische Teilchen drücken sich um, so fest zu rennen. So, unsere Abfahrt ist, soviel ich weiß, in ein paar Minütchen, ich hätte gern noch meinen, ne, was war's nicht, wo ist es denn, wo kann man das Ding verstellen, das Dashboard? Ich glaub, da war's noch, ja, so, hätte ich das gerne ein bisschen höher, ein bisschen höher, höher, zu mir ran, so, wunderbar. So, so, wir haben noch Zeit, 2 Minuten 50, gut. Dann spulen wir mal 2 Minuten vor, ich hoffe, das wird uns nicht, ups, das brauchen wir immer. So, das sollte das so sein, ne, Tür zu. So, und los geht's. Auf geht's mit der Linie 25 von Eichstätt, dem Diagonistenkrankenhaus. Wenn du das schaffst, hier weiterzufahren, Pfeife. So, los geht's. So, Donnerstag, also am Freitag erwarten wir, hm, hm. Am Freitag erwarten wir doch tatsächlich dann, äh, unser finales OMSI-Elon für das Jahr 2016, nämlich, äh, Mallorca. Und, ja, mal gucken, ob uns das dann, auch wirklich interessiert. Und, ja, mal gucken, ob uns das dann, auch wirklich interessiert. Schauen wir mal, 30 Euro ist ein stolzer Preis. Aber das sind wir ja schon gewohnt von, äh, Projekt Klettbeck. Hier hat uns die nicht billig. 37 Linien, okay, aber, wie gesagt, es sind eigentlich nur 2 Stadtbuslinien. Und der Rest ist nur von Hotel zu Hotel. Also, das ist... Kann man nicht vorstellen, dass das sehr was Besonderes ist, dass das jemanden fesselt. Vor allem, wenn man dann vielleicht die Wege auch noch alleine finden muss. Kann ich mir, ehrlich gesagt, nicht so vorstellen, aber okay. Dann lasst uns natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie gesagt. Lassen wir uns auch eines Besseren belehren. Äh, in voller Erwartung, was das vielleicht ein schöner Abschluss wird für das Jahr 2016. Bevor dann im Jena Voraussichtliches weitergeht mit London und Luzern. Hallo. Hallo. Morgen. Ja, herein mit euch, kreuzis. Hm. Wie gesagt, Rennhausen war ja nicht so der Burner, wie erwartet, aber gut. Fiktive Karten können wir halt immer erweitern. Es ist nichts real. Man kann machen, was man will. Wenn ich ein rosa Pferdchen rumlaufen lasse, ne? Aber, ja. Das Ziel klar verfehlt. Es ist zwar so eine gute Karte, aber sie hätte halt viel mehr Potenzial gehabt. Vielleicht war auch der Release-Druck schon so groß. Ich weiß nicht. Warten wir mal aufs nächste Eidon, das uns Hallecom bescheren wird. Nächstes Jahr im Frühjahr, das dann Bremen Nord sein. Mit dem schönen MAN. Ich denke mal, es wird in Lion City, aber genau das weiß ich auch nicht. Dann wagen wir mal ab, was uns so schönes beschert wird. Nächste Leitestelle, Landesarchiv. Au complete. All-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Abion noch auf dem fuckin mach. Hallo. Guten Morgen. Nächste Haltestelle Technoseum. Riege. Kollege. Ja, wir fahren übrigens mit dem Bahnhof A300. Der Solobus interessiert mich eigentlich mehr als die eigentliche Attraktion. Das ist nämlich der Doppelgelenkbus, weil mit diesem Solobus kann man schön überall fahren. Das finde ich ganz gute Motor-Sounds. Nächste Haltestelle. Reifenberg, Bismarck Zentrum. Ja. 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 Das ist ein wenig. Ja. Oh. Ah, keine gute Idee. Ich dachte wieder einmal, wenn man da was war, das geht nicht. So, das ist ein bisschen komisch. Ich war beim Zahnarzt, ähm, ja. Das war eine echt schmerzschifte Erfahrung und weil, ehrlich gesagt, das ist die ganze Pappen, wenn wir Wiener sagen, die ganze Pappen, wir sind noch richtig angeschwollen. Und, ja, es hindert mich etwas an deutlich sprechen. Aber gut, das Problem habe ich ja sonst auch. Wenn wir jetzt wieder öfter mal in Umsee was tun, möchte ich jetzt ein bisschen mehr Umsee-Aktivität haben, weil eigentlich ist ja das, äh, Umsee ist ja eigentlich mein, ja, man kann sagen meine Lieblings-Simulation. Natürlich nehmen wir auch, äh, Euro-Truck-Simulator, American-Truck-Simulator, Bus-Simulator, Bambus-Simulator und so weiter, ja, aber, umsee kann halt niemand das Wasser rächen. Und Bus-Simulator und LKW ist das natürlich der Euro-Truck-Simulator. Und ja. Und ja. Und ja. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle ist da Luzi Schule. Hallo. Ops, den Kollegen hat die fast übersehen. Was ist die hinten erschienen? Nächste Haltestelle, Bauernfeldstraße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Guten Tag, hallo. Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen, alle herin spazieren. Wir werden uns jetzt dann auch wieder den älteren Karten widmen. Nächste Haltestelle, Bad Kingshauer Straße. Ohpala. Ich glaube, ich sollte nach vorne abbiegen. Scheiße. Und so ein bisschen schummeln. Kommt ja nix. Entschuldigung, Verzeihung. Ich habe keinen Führerschein. Ich dachte mir, das geht sich noch aus, aber... Tut mir leid. Entschuldigung fürs Locken. Dafür dürfte es auch aussteigen. Können Sie ein bisschen heizen? Ich heizte eh schon mehr, Wahnsinniger. Aber alle will nicht aussteigen. Ein paar hartgesottene bleiben drin. Nächste Haltestelle, Magdeburger Ringen. Er seguinte. Erv Material. Erste Haltestelle. Fahr hochschnell. Guten Tag. Hallo. Hallo. Nächste Haltestelle zum Neuschloss. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle. Hallo. Haltestelle. HaH. Hmm... Nein 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 Ich gehe jetzt in der Altstraße, Mitriebshof Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Guten Morgen. Hallo. Nächste Haltestelle Hauptpost. Haltestelle Hauptpost. Haltestelle Hauptpost. Guten Tag. Haltestelle Hauptpost. Nächste Haltestelle Hauptbahnhof. Umsteige möglichkeit zum Regional- und Fernverkehr, zur S-Bahn und zur Stadtbahn. Haltestelle Hauptpost. Haltestelle Hauptpost. Haltestelle Hauptpost. Haltestelle Hauptbahnhof. Hallo. Haltestelle Hauptbahnhof. Hallo. Haltestelle Hauptpost. Haltestelle Hauptpost. Haltestelle Hauptbahnhof. Das ist schade eigentlich. Aber gut, ich meine, gekauft ist gekauft und deswegen fahren wir es ja auch, ne? Wenn ich es gekauft habe, kann ich es fahren auch, ne? Okay, meine Texturen sind schwarz. Das ist auch nicht so schön. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Nächste Haltestelle, Domshof Rathaus. Umsteigemöglichkeiten zum Stadtverkehr der HVB sowie zur Stadtbahn. Zur Altstadt und zum HVB Kundenzentrum bitte hier aussteigen. Schönen guten Tag. Guten Tag. Nächste Haltestelle, Landtagsamt. RANDtagsamt. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Tag. Lägger. Schönen Tag. Schönen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020